Dürfte ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Danke. Wie die meisten von euch wissen, haben Steffen und ich uns mit der Einschulung kennengelernt und wir hatten immer eine unausgesprochene Regel, die besagte, egal was wir tun, ich bin immer Erster und Steffen ist immer Zweiter, egal bei was. So hatte ich zum Beispiel zuerst eine Freundin oder die 1 in Englisch, die Playstation 2, ja, auch die 5 in Mathe. Okay, sitzen geblieben bin ich auch zuerst, aber ich war Erster. All die Jahre, all die Jahre hat sich Steffen an diese Regel gehalten. Bis jetzt. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist und ich weiß auch nicht warum, aber ich hoffe sehr für dich, dass du mir eine gute Begründung liefern kannst, warum ausgerechnet du jetzt Erster sein müsstest. Auf Steffen. Auf dich. Auf dich. Auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020